Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich war ja mit Franzi zusammen bei Simon, bei seinem Vortrag in Stuttgart. Das hat richtig Spaß gemacht und ihr könnt das Video jetzt sehen auf meinem Kühllock-Channel. Das ist schon ein bisschen länger online und vielleicht haben es ein paar von euch schon gesehen, aber vielleicht ein paar auch noch nicht. Deswegen werde ich jetzt einfach auf dem I hier oben, wenn das so ein Pling-Pling macht. Da oben kommt ihr auf meinem Video, da ist ein bisschen wenig Simon drin, tut mir leid. Ich weiß, nächstes Mal muss ich da ein bisschen mehr aufnehmen. Beim nächsten Mal mache ich das auch. Und von Franzi, da gibt es auch ein Video. Die hat ein bisschen mehr Simon drin, das heißt, da ist es ein bisschen besser. Guckt euch das einfach mal an. Ihr könnt einfach auch jetzt hier oben auf dem I, könnt ihr dann zu Franzis Video kommen. Am besten beide schauen, weil die Blickwinkel natürlich von beiden Seiten sind. Und ja, das wollte ich einfach nur sagen. Guckt bei Franzi vorbei. Ich bin momentan noch am, erstmal 5 Vokulion, das kommt ein neues und VILD-Skript schreiben. Und ein Kumpel von mir hat auch einen YouTube-Kanal, den könntet ihr auch mal auschecken. Auch jetzt auf dem I-Ding da oben. Ganz viel auf dem I, einfach aufs I klicken und dann habt ihr die ganzen Infos. Checkt den mal aus, wenn es euch gefällt, abonniert den. Und ja, das sollte nur mal so, falls ihr das Kühlog-Video noch nicht gesehen habt. Und VILD ist in der Mache. Könnt ihr immer noch weiter kommentieren oder mir schreiben, was ihr für Erfahrungen da habt. Wäre cool. Und dann nehme ich das mit ins Video. So, und wir sehen uns dann morgen oder übermorgen bei 5 Vokulionas wieder. Bis dann.